Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Geometry Dash. Das ist schon die sechste. Und endlich ist das Update gekommen, in dem es viele Neuerungen mittlerweile gibt. Ja, und zum einen wurde die Schwierigkeit erstmal versetzt, deutlich. Das heißt, Serumatis ist geblieben, ja das ist klar. Back on Track wurde um eine Schwierigkeit verleichtert, beziehungsweise also angegeben verleichtert. Das Level ist genau das gleiche, aber es ist jetzt nur noch easy, vorher war es normal. Polargest ist jetzt normal, das war vorher hart. Dry Out war harder, das ist jetzt normal. Zwei Schwierigkeiten leichter. Base After Base ist auch vorher harder gewesen. Can't Let Go ist jetzt hart auch und war vorher insane. Diese hier, die jetzt kommen, die drei hier, von Jumper über Time Machine und Cycles, die sind jetzt harder, waren vorher ebenfalls insane. Die anderen hier sind geblieben, die sind auch insane. Ist ja auch klar. Das neue Level ist Blast Processing und Theory of Everything 2. Ich habe jetzt hier noch nicht genügend Münzen gesammelt, ist ja auch klar. Aber Blast Processing, gucken wir einfach mal kurz rein. Ich bin nicht so gut, glaube ich. Naja, eigentlich schon, ich habe das Level so schon, aber nicht auf PC. Das ist alles ein bisschen tricky. Okay, hoffe die Musik hört man. Die Steuerung ist ein bisschen neu, aber es geht. Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall das neue Gefährt. Bei Theory of Everything kommt es ebenfalls. Ziemlich schwierig zu steuern. Und jetzt möchte ich euch ein kleines Easter Egg zeigen. Oder mache ich das? Nein, mache ich nicht. Wenn ihr mir, wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr den Daumen hoch geben. Oder schreibt es in die Kommentare. Das ist nämlich was ganz, ganz, ganz Tolles. Aber, ich will ja nicht übertreiben. Wir gucken uns erstmal ein paar neue Level an. Ist ja ganz klar. Und zwar gucken wir nach den Songs Custom. Weil die sind, glaube ich, jetzt ganz neu. Und das ist ganz cool. Weil man kann jetzt seine eigene Musik hinzufügen. Hier ist die Suchoption auch. Wie man sieht, neu. The Only Show Levels, genau. Gut, wir suchen nach den neuesten jetzt. Das sind schon 5630 jetzt hochgeladen worden. Und wir nehmen einfach mal hier Ultimate Destruction, bzw. Hypermine. Ultimate Destruction hieß das nullte Level quasi von Geometry Dash. Vorher hieß das Spiel Geometry Jump. Und da gab es Ultimate Destruction quasi als das Level vor Stereo Madness. Gucken wir mal rein. Also, wir müssen uns das Lied kurz downloaden. Müssen wir kurz die Lizenzbedingungen abgeben. Angeben. Sagen, dass man das akzeptiert. Die AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen oder was auch immer. Und wie es aussieht, lädt das hier sehr, sehr langsam runter oder gar nicht. Download Cancelled, okay. Ich weiß nicht, Internet soll ich ja wohl haben. Ich habe keine Ahnung, ob ich Internet habe. Das sieht man nicht so voller aus. Aber ich habe Internet. Das kann sein, dass hier einfach das Internet jetzt gerade... Oh. Ziemlich schlecht ist einfach, weil viele Leute vielleicht jetzt gerade spielen, dann ist das Internet nicht so ganz so gut. Nehmen wir erst mal dieses Level hier, wenn das jetzt mal downloadet. Das wäre super freundlich. Gucken wir doch mal in die Beschreibung. You're welcome. Okay. Ach, doch, doch. Danke. Okay. Das ist fies. Wir müssen uns merken, wenn wir hochfliegen, die ganze Zeit drücken. Ich drücke einfach mal die ganze Zeit. Wahrscheinlich hört man das mal wieder. Okay. Das ist ziemlich viel drücken. Ach, da darf man dann nicht drücken. Ja, ein sehr, sehr gelungenes Level gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Richtig nice. Äh. Keine Musik? Wir wollen natürlich Musik. Ach, da kommt gar... Lol. Jetzt ist es mit mal runtergeladen. Okay. Okay. Das sieht ganz schön verwirrend aus. Geht aber. Das muss ich machen. Interessant sieht das aus. Auf jeden Fall. Es sind viele neue Elemente hier jetzt verwendet worden, wie es aussieht. Okay, das ist ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Ich bin nicht so schnell im Reagieren. Hier jetzt jedenfalls. Beginning of Time haben wir hier auch noch. Ist auch ein ganz cooles Level-Lied. Ja. Lad mal runter. Das wäre super. Ah, okay. Ja. Das ist besser geworden, Leute. Gucken wir schon mal in die Beschreibung rein. New Level Demo. Demo oder sollte das mal Demen heißen? Wir wissen das nicht. Okay, jeden Moment. Song ID. Okay. Steht auf die Größe. Wenn man ein Level baut, kann man diese runtergeladenen Lieder auch verwenden. Das finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber das Lied ist sehr schön. Wie es aussieht, war da ein Cheat-Weg. Versuchen wir ihn doch mal zu kriegen. Das ist ziemlich schwierig. Das ist echt. Gar nicht leicht. Wir haben es zum ersten Mal geschafft. Ja, das ist echt heftig. Ja, man muss runterfallen. Einfach nicht springen. Runterfallen. Okay, ich habe den Trick geschaut. Aber das Level gefällt mir nicht. Der Anfang ist doof. Ich hasse das. Aber keine Sorge. Jetzt kommt ein richtig geiles Level. Chaos Fantasy. Das Lied kommt aus... Impossible Game. Drittes Level, glaube ich. Oder zweites Level eigentlich. Aber es gibt ja halt das erste Level. Das ist doppelt. Chaos Fantasy ist eigentlich das zweite, wo man das erste Mal auf dem Kopf ist. Paragon. Paragon. Paragon X9. Okay. Warum auch immer, ich da lese Paradoxon oder sowas. Lese ich da immer. Okay, das ist tatsächlich das Original Level, so wie es aussieht. Man ist allerdings ein bisschen schneller, wenn ich mir irre. Ja, ist man. Das passt ziemlich gut. Es ist zwar nicht das... Ja, es ist nicht das Original. Oha, das ist richtig schwer. Aber gut gemacht, würde ich sagen. Also das gefällt mir. Ich bin ja ein Fan eigentlich von so Classics. So Standardsachen. Hier gibt es es nochmal. Fantasy of a Chaos. Okay. Chaos Impact klingt sehr ähnlich wie Chaos Fantasy. Auch von den gleichen Machern. Aber es ist eine ganz andere Musik. Diese Musik hier ist jetzt eher krank. Dreiersprung. Na, das... Der Name des Levels verheißt nichts Gutes. Naja. Okay. Genau. Kann man eigentlich nicht durch... Ah, schade. Es sah so aus, als hätte man da erst durchspringen können. Nicht mal gestaucht. Das finde ich dann natürlich scheiße. Also Leute, wenn ihr die Dreiersprünge nicht staucht, kriegt ihr automatisch von mir einen Daumen runter. Okay? Können wir uns damit abfinden. Danke. So, Levels Remixen. Ja gut, das will ich jetzt nicht unbedingt abben. Okay. Kass. Weißt du, wisst ihr, was wir jetzt suchen? Wir suchen jetzt nach einem Level namens Stereo Madness 2. Es gibt nämlich ein Lied Zero Madness 2 und ich finde das Lied sehr cool. Sehr, sehr richtig. Ach, guckt euch das mal an. Das wurde aber schon ziemlich häufig gebaut. Zero Madness 2, das ist jetzt sogar schon Sterne. Oha. Oha. Es gibt tatsächlich schon so reichliche. Ja, da ist auch eins von mir. Das Spiel wollen wir aber nicht spielen jetzt. Okay. Zero Madness. Wir nehmen das mit den meisten Likes. Eins, eins, vier, zwei, drei. Meins hat drei. Ihr habt eins, vier. Da hat eins, minus zwei, drei, sechzehn. Tausend fünfhunderts siebzig. Gut, nehmen wir erstmal das mit tausend fünfhunderts siebzig. Das hat auch zwei Sterne. Und danach nehmen wir das mit 44. Wirklich, glaubt mir Leute. Zero Madness 2, ich finde es eine richtig geile Idee. Und ich fände es auch echt cool, wenn das im Spiel wirklich hinzugefügt werden würde. Würde ich dann vielleicht nicht ganz so leicht wie Zero Madness Original machen. Vielleicht so von der Schwierigkeit her wie Polargeist oder Back on Track. Oder Base after Base geht auch noch. Weil Base after Base ist jetzt nicht so übertrieben schwer. Also man kann es schaffen. Ich meine, man kann auch alle anderen Level schaffen. Aber Base after Base ist noch so. Das kann man auch relativ zu Anfang noch relativ schnell nach ein paar Tagen schaffen. Wurde des Tages relativ schnell. Gut, dann gucken wir mal rein. Nein, hört die Musik, glaub ich, nicht. Aber ich werd's euch vielleicht dann mal reinschneiden, das Lied. Wenn ich jetzt einfach still. Ganze. Okay. So. Gucken wir nochmal eben in das 44. Man hört leider die Musik nicht. Also ich hör sie zumindest nicht. Ob sie sie hört, weiß ich nicht. Okay. Das sieht sehr, sehr geil aus. Hat auf jeden Fall mehr Likes verdient. Oh, das mit den roten, das sieht auch so richtig cool aus. Das erinnert mich an den Flughafen. Das ist jetzt richtig gerade krass geleckt. Oh, über Kopf. Oha. Flugfahrt. Leider hör ich nichts. Das Lied ist so geil. Also ich find's persönlich sehr, sehr richtig nice. Okay, man muss springen. Das ist natürlich unverhersehbar. Der Anfang des Levels hat mir richtig gut gefallen. Das, was ich bisher gesehen hab. Gut, ein Level machen wir noch. Wir gucken einfach mal nach einem Level namens. Äh, du bist da was. Gucken wir mal nach. Was gibt's denn noch krasses jetzt? Ich würde mal sagen, wir suchen einfach mal nach. Es ist echt schwer, was rauszufinden. Nach Magic hier. Magic ist immer. Nocturne. Okay. Das ist eigentlich ein komisches Lied. Sehr ruhiges. Endgame. Ich will nichts noch verantworten von dem Lied. Nehmen wir dieses hier. Das Lied hatten wir ja schon mal. Also können wir es recht schnell spielen. Okay. Sehr schwer. Okay. Warum hat das Normal? What the fuck is wrong? Achso, das ist ein Autoleveler. Trotzdem, warum hat's Normal? Sieht aber cool aus. Yeah. Bestimmt sterbe ich jetzt, weil ich was gemacht hab. Ich hör nur den Bass. Ganz ehrlich, ich hör wirklich nur den Bass. Hab ich gerade auf die Musik konzentriert. Gut, ein Level machen wir aber trotzdem noch. Und zwar... Nehmen wir dies hier. Beginning of Time nochmal. Und zwar 14 Daumen hoch schon. 123 Daumen hoch. Oh. Das ist natürlich richtig schwierig schon, würde ich sagen. Weil es ist echt schwer. Cool. Ich hab das total richtig gewählt. Ah Gott, ihr der Epilepsie. Gutes Level an sich. Gefällt mir wohl so einigermaßen, ja. Okay, das war's aber auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, oder das Geheimnis der Geheimnisse, alle Geheimnisse wissen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nein, nein, nein. Stopp. Erster Spruch. Hat es euch gefallen? Wenn ihr ja drückt, dann auf den Knopf mit A. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss, euer P-Craft.alp. 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 Vielen Dank.